Hallo, hier ist euer PP Gaming. Ja, heute mal etwas anderes und zwar ich möchte euch mal ein kleines bisschen mitnehmen. Ja, ich bin gerade im Umbau meines Zimmers bzw. des Gaming Rooms. Ja, ein bisschen auf die moderne Zeit anpassen bzw. ja, 2000 Abonnenten hier hat es mittlerweile geknackt. Deswegen große, große Änderungen, die ich vorhabe und deswegen möchte ich euch da ein bisschen teilhaben. Deswegen gibt es eine kleine neue Videoreihe, wie ich denn momentan das Ganze umbaue bzw. ein neuer PC ist nämlich jetzt auch eingezogen bei mir. Und den möchte ich auch mal ganz kurz zeigen. Ich bin gerade am Herunterladen bzw. am Einbauen des PCs, Einrichten des PCs, dazu Lichtereinstellungen, allem drum und dran. Und wie es insgesamt jetzt gerade hier drin aussieht, möchte ich euch gerne in diesem kleinen Video zeigen. Zusätzlich nehme ich das Ganze jetzt auch mit einer neuen Kamera auf. Ist immer noch eine Handykamera, ist allerdings mittlerweile ein viel, viel besseres Handy. Deswegen sollte die Qualität auch um einiges besser sein, hoffe ich zumindest. Und ja, ich hoffe, euch gefällt diese kleine Videoreihe. Das heißt, ihr werdet Minimum zwei Videos sehen. Das heißt, einmal ein Video jetzt, wie es momentan aussieht, also im Bauzustand mehr oder weniger. Und einmal ein Video, wie es auf jeden Fall fertig aussieht. Vielleicht auch noch ein Update-Video zwischendrin. Kommt auf an, wie schnell ich vorwärts komme. Im Moment sieht es allerdings schon ganz gut aus. Ich habe schon sehr viel gemacht in letzter Zeit. Wer meine Streams regelmäßig verfolgt, weiß das und weiß auch, ja, da tut sich einiges. So, ich bin mal gespannt. Anscheinend kann ich hier jetzt auch die Kamera direkt drehen. Das heißt, ja, ich zeige euch einfach mal, was ich gerade mache. Das heißt, ich wende mal die Kamera. Ja, sehr schön. So, jetzt ziehen wir einmal die andere Seite. Und zwar, ja, ein bisschen was hat sich getan. Ich gehe mal ganz nach hinten, nicht wundern. So, ich werde das Video versuchen, auch nicht irgendwie großartig zu schneiden, sondern so zu lassen, wie es ist. Ja, der eine Spielautomat ist rausgeflogen. Die Dreamcast ist nach hinten verschoben worden. Ja, sieht alles, das ist so die Rumpel-Ecke. Ich zeige euch erstmal das Gerümpel und dann kommen wir zum besseren Teil. Leider musste der Spielautomat weichen, man sieht es schon. Hier hat jetzt ein Licht mittlerweile den Weg hierhin gefunden, das ich letztendlich nehmen möchte für Aufnahmen, wie dann beispielsweise Unboxing-Videos und so weiter und so fort. Würde ich mit diesem Licht dann dementsprechend machen. Wir fangen mal in der Ecke an und kommen dann zum PC. Also hier, ja, meine Rumpel-Ecke, beziehungsweise man sieht hier unten auch Kisten, 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 Kabel, Kabel, Kabel. Süßkram mit Ignorida am besten mal. Nicht für eure Augen bestimmt. Hier kommt dann der Rechner mit den ganzen neuen Lichtern. So, also hier das ganze Technikzeug. Kuscheltiere. Bisschen Lego muss auch sein. Zumindest das Klassische. So, hier hinten die bekannten Kisten. Ich versuche mal so ein bisschen weiter in die Ecke zu gehen. Der Spielautomat musste übrigens rausfliegen, damit ich mich dementsprechend mit der Kamera überhaupt positionieren kann. Problem ist, mein Raum ist ziemlich lang, aber dafür nicht breit. So, hier kam der neue Rechner an. So, dann die ganz normalen Spieleregale. Da hat sich tatsächlich nichts getan. Was allerdings hier unten steht, der alte Rechner. Und da sieht man erstmal die Dimension von dem Ding. Das Ding ist kackriesig. Vor allem ist es extrem schwer. Das hätte ich niemals gedacht. Gut, es ist Wasser drin, er ist wassergekühlt, aber der ist echt, der ist richtig, richtig schwer. So, dann, ja, Bautische, allen drum und dran. Mittlerweile auch ein schönes Schwert an der Ecke. Und dann zieht man schon meinen neuen Rechner. Daher werden wir uns das Ganze gleich auch mal anschauen. Ist allerdings mit sehr viel LEDs momentan noch ausgeschaltet. Ich weiß gar nicht, ob das Video das dementsprechend erfasst. Also, an der Wand hat sich nichts getan. Außer, dass sich tatsächlich die unterste Reihe mittlerweile komplett in Tabletop-Games sich umgewandelt hat. Die Spiele sind eins weiter nach oben rückt. Da steht jetzt alles mittlerweile in Doppelreihe. Dafür haben jetzt einige Tabletop-Games. Zombieside, Arcadia Quest und so weiter. Massive Darkness. Ganz da unten haben wir zwar noch irgendwo Dungeons & Dragons. Und zwar das Original von damals. Hat auch den Einzug hier reingefunden. Vielleicht mache ich darüber auch mal gerne ein paar Videos. Gucken wir mal. So, dann hier der ganze Krimskramstisch mit allem möglichen Zeug drauf. Hier sind die Monitorfüße auch noch. Die haben nämlich mittlerweile auch einen neuen Platz. Jetzt kommen wir aber mal zum Sahnesstück. Und zwar darum geht es ja eigentlich um meinen neuen Streaming-Bereich. Wie gesagt, das ist jetzt noch die Einrichtungsphase. Das ist bereits der neue Rechner, der jetzt hierher gefunden hat. Eine schöne kleine Kiste im Glaslook und sehr, sehr clean aufgeräumt das Ganze. Mit sehr, sehr coolen Lichteffekten, wie ich finde. GeForce RTX, eine 3070er befindet sich auch da dementsprechend drin. Und sehr, sehr ordentlich aufgeräumt. Dazu eine Wasserkühlung. Die CPU ist ein i7-Prozessor mit 8 Kern. Die genaue Bezeichnung müsst ihr jetzt tatsächlich erst selber wieder nachgucken. Zusätzlich befinden sich 16 GB RAM in der Schüssel. Also im Moment erst mal genug. Und ich habe schon einige SSD-Festplatten dazugerüste. Auf der anderen Seite hier mal von vorne das ganze Teil. Auf der rechten Seite befinden sich beispielsweise die Festplatten drin. Und auch das Netzteil befindet sich da drin. Wo ich momentan auch das Ganze aufschraube. Beziehungsweise noch am Rumbasteln bin. Hier sehen wir schon mal die ersten SSDs. Ja, Kabelsalat. Bin doch gerade ein bisschen am Rumbasteln. So, da hinten. Gedreht. Das ist mal live, würde ich sagen. So, hier Kabelsalat. Den muss ich noch komplett aufräumen. Und hier hinten der restliche Kabelsalat. Ja, und da muss noch ein bisschen was getan werden. Und das ist momentan meine Hauptaufgabe. Zusätzlich installiere ich gerade. Wir haben jetzt hier gerade Steam offen. Bin gerade am Spiele runterladen. Knapp 400 GB Games runterladen erst mal. Das dauert eine Weile. Ja, zusätzlich ein bisschen weiter aufgeräumt. Problem ist, es ist ein Glasfisch, wie man sieht. Ist zwar ganz hübsch. Ist zum Putzen absolut bescheuert. Bescheuert ist aber auch, ich habe die Bildschirme jetzt. Man sieht es hier. Die hängen jetzt hinten an einem Monitorständer dran. Der Monitorständer ist im Glastisch drin. Mit zwei 28 Zoll Bildschirmen. Das Ding ist kackschwer. Und die Glasplatte ist, man sieht es glaube ich, man sieht es hier nur einige Millimeter dick. Ich hoffe, das Ding fliegt mir nicht irgendwann auf die Beine. Es wäre aber durchaus möglich. So, zusätzlich zwei neue Lichter. Neue Kamera. Hat sich ja auch schon eingefunden, dementsprechend. Die Lichter sind sehr, sehr cool. Denn damit kriege ich endlich eine vernünftige Qualität auch zusammen. Gerade was Streams angeht. So, also. Das soll jetzt erstmal so ein kleines Update sein. Hier liegen auch noch die ganzen, die ganze Verkabelung und allem drum und dran. Wird jetzt erstmal gemacht. Zusätzlich das Einrichten des PCs. Ja. Ich wollte nochmal einen kleinen Einblick geben. Vielleicht der eine oder andere interessiert sich dafür, wie das Ganze jetzt hier mittlerweile aussieht. Das ist so mein kleiner Gaming Room. Ich glaube für einen, der das nur als Hobby macht und jetzt nicht irgendwie professionell macht, mittlerweile schon recht ordentlich ausgerüstet das Ganze. Also, ich werde übrigens wahrscheinlich auf ein Dual-PC-Setup gehen für das Streaming. Muss ich mal gucken. Der alte PC sollte für das Streaming dann reichen und der neue PC dann dementsprechend für das Stock. Muss ich mal gucken, wie ich das Ganze umsetzen kann. Übrigens, und sehr, sehr cool ist, das habe ich schon getestet, ich kann jetzt in Full HD dementsprechend Videos veröffentlichen. 4K funktioniert leider nicht, aber Full HD, das heißt mit einer Auflösung von 1440 Pixeln kann ich dementsprechend dann streamen beziehungsweise die Videos veröffentlichen. Den einen oder anderen wird es glaube ich freuen, dass die Qualität um einiges nach angehoben wird. Ja, leider in der Leitung nach wie vor eine 100.000er Leitung nur. Die ist ein bisschen schlecht, um Videos von mehreren 50 bis 100 GB hochzuladen. Das dauert immer eine ganze Weile. Und für den Hobbybereich, wie gesagt, bin ich mittlerweile echt gut ausgerüstet. Und ja, wenn ihr Spaß an diesem Video hattet, gerne gefällt mir Lala das für dieses kleine Update-Video. Wie gesagt, es kommt mal wieder ein Video, auf jeden Fall, wenn ich hier fertig bin, beziehungsweise vielleicht zwischendurch nochmal, wenn es irgendwas Interessantes zu erzählen gibt. Und gerne, wenn noch nicht geschehen, abonniert den Kanal. 2000 Abonnenten habe ich zum Anlass genommen, hier alles zu überarbeiten. 3000 Abonnenten nehme ich zum Anlass und keine Ahnung, dann ziehe ich hier aus und kaufe mir ein eigenes Büro, wo ich das Ganze einrichte. Nein, natürlich nicht mit 3000 Abonnenten, lohnt sich das noch nicht, aber ihr wisst ungefähr, wo die Reise dann hingehen soll. Ja, vielen Herzen auf jeden Fall fürs Zusehen. Wir sehen uns dann im nächsten Update-Video. Macht's gut!